Was machen wir? Die, die da sind, die gehen ja nicht so hoch. Ich bin dabei. Langsam. Ich gehe noch ein paar Löterabstand halten. Falls hier irgendwo Anwälte sind, bittet ihr mal vor zu Wagen 1. Es werden Anwälte gebraucht. Falls jemand hier Anwalt lässt, bitte vorgehen zu Wagen 1. Und bitte momentan keine Aufrufe zum Widerstand. Bitte nicht Widerstand, denn sonst ist alles vorbei. Mit Hüften ist eigentlich, mit Wege im Augenblick nicht zu schaffen, damit es hier leicht geht. Damit es hier leicht geht, damit es hier leicht geht, damit es hier leicht geht, damit es hier nicht zu behaupten. Ich bin dabei, ich bin dabei. Und jetzt, ich bin dabei. Ich bin dabei. Du bist da. Und es gewohnt.